Ein paar Maschinen, das ist ein bisschen erwischt. So, wir mähen mit ganz wenig Furschimmer machen. Nicht solche Schritte machen, weil da bleibt nur drei Stücke. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Die Sensen werden nicht herausgestanzt, wie teilweise auch im Ostbruch, sondern die werden wirklich aus einem Stück Stahl, der mit breit ist, aus dieser Form und auf diese Ränge gebracht. Es gibt Busch-Senseln, Schreusenseln, die sind nicht immer dick abverkauft. Das sind die 50 cm. Es gibt hier vier verschiedene Längen. Eins ist der kürzeste Wort, vier ist der längste Wort. Und es ist nämlich ganz wichtig, dass man einfach den Sensel-Stil anpasst an die Körpergröße. Da gibt es einen Knochen. Was ist denn spürbar genau? Aber da hört euch so. Der Liftknochen, in etwas soll da der Griff herzauern. Auf die Höhe. Wie gesagt, die zwei Sachen, wir so probieren, wir so probieren. Wenn das okay ist, dann können wir dann schön. Das ist ja nicht wahnsinnig. Nein. Das ist ja nicht wahnsinnig. Nein. Beziehungsweise mit zwei, drei, vier, fünf, mehr, sieh. Einer nicht. Einer nicht. Einer nicht. 30 Meter voraus, dann fängt der Wechsel an. Das ist der große Mann aus einem langen Sensenwurst. Du kannst dann einen Meterpreis der Menestwurst nehmen. Wenn man bitte schaut, dass das Gras kann. Weniger Kult ist, dafür mehr Preise. Das ist einfach gar nicht möglich. Aber das geht ja gut, oder? Ja. Ja. Das ist schräg. Wichtig, ja. Moos. Dann geht das nochmal an. Ja. Musik Musik